die Jungen Monat die hier zu haben ist er kann sind und die beiden haben es verliebt ja willkommen zu einem weiteren das der Team Arena oder Arjen hat am Meister er erledigt hat er nicht jetzt haben wir mal hier und dann zu was sie um 40 und wieder cool gute Sache bisher ich es auch geht welche Socke ja also ich hab ich probiert hier es gibt es zuletzt Plane aber irgendwie wenn man auf dem Programm das nicht um auf also schon aufnehmen aber das bildlich auf dem also was ich da spielte es sind dann also schwarz ist so kleines Bild doch mal wird auf einmal groß und das kann es irgendwie nicht also ich versuche das irgendwie zu beheben oder so weil ich würde sich denn der letzte Pläne das ist also da kommt mal her kommt mal her so ja ähm es wird dort schuldig wird bleibt und etwas zu stehen ja ich habe letztendlich heute kam kein pokémon wie das ein pokémon wie die manche heute noch weil ja das zählt zwei videos da kommt heute doch ein abgibt video und noch ein los der video also das habe ich ein pokémon video unten abgibt wieder von ostend yo ck der kinder der kinder zwei schurken am besten wäre würde mich gar nicht mehr schienen aber es kann schielen durch okay sehr gut eigentlich es soll welcher würde ich einfach jetzt und nicht beginnt es sucht die ganze auch viel gewinnt statt der typ wäre richtig im bar ich wollte mal für ihn stehen Prozent 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 bis 50 Prozent ja ich habe mir überlegt ich spare bis nicht wird mit dem Spielstern okay die fast die t der tippler gerufen gewinnt gegen die komm es auf sich weg Puck 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 das Schösser das Schösser wieder geschehen in der Ballen wie es euch aufgefallen ist um mach ich jetzt irgendwie er war ich derzeit langere Parts weil ich jetzt im Jahr und Ferien haben so und deshalb habe ich auch mehr Zeit und ich glaube nach den Ferien habe ich echt ja muss ich für die Schule lernen und so das halb weniger Zeit die Schule äh momentan ich muss ja was aussehen hä? ich finde das 16,5 gk bekomme ich durch meine ganze Form und gestalt ich habe jetzt 1000 Stück hatte ich habe jetzt schon 400 Stück verkauft ich habe dann 600 Stück oh wei oh wei oh wei oh je ich habe meinen Buffs nicht zu schätzen ich gebe als letztes ja lass mich als letztes ähm er will das Spielsg äh noch skill ich kann nicht das Spiel nur empfehlen ich glaube ich hatte es schon gesagt oh je ich will wie ich wiederhole sagen ja also ich versuche das einfach nicht irgendwie versuche ich das Spiel zuletzt spielen also letztes zu machen ja und dann noch was ähm also wenn ich mit Pokémon und Rubin fertig bin dann ich überlege noch ob ich jetzt noch ähm Pokémon und Schwarz 2 noch let's playen soll also Rubin und Schwarz Schwarz 2 also gleichzeitig halt die beiden let's playen bin grad überlegen ob ich das jetzt machen soll vielleicht mache ich das ja also wie ihr seht's ich hab echt viele Pläne und so also ich will nicht dass ihr nur Nostal sieht's also ich will auch paar andere Sachen mal da Yu-Gi-Oh, mal da Pokémon, mal da dies und dies wir schon was ich meine ähm ja cool ich hab gegen Lobis da kann er Bomber alles alleine machen hm oder ja okay komm Bomber verreckt bitte bitte er soll verrecken ja man er verreckt komm verreckt komm verreckt doch bitte komm verreckt bitte bitte ja man er ist tot oder? ah er ist da noch dran scheiße hätte ich lieber als zweites wir sind alle so low verkürzt okay er ist ja noch ja so dumm dass er jetzt zwei Gerufen hat das kann auch sein dass sie jetzt einfach neunzieher schon hat der ruft satisf nee ich hab keine Lust den zu denken zwölf dass du verrät ich mach mal nix lòló lòlo lòlo 3 u nuevo stirbt sie stirbt sie ich glaube sollte ich was machen ich habe ein weniger bock aber es ist echt ein assi von mir aber für sie für sie hier benny ich bin gewalt zu daneben so jetzt da hat er mir doch ein also wir haben gewonnen gewinnen doch eh also aber ich hoffe die direkt jetzt ja bei ihr sind es doch so 3 hp ok die können jetzt nicht mehr rufen wir haben noch vier schaut das ist jetzt doch alles geschafft also das maler schüttern ist es war ein fehler von mir das war echt ein fehler ich glaube sie vielleicht geht sogar ich habe ja wir haben gewonnen und gewonnen 70er um ja also und man prüftet in der zeit jetzt also los denn halt wie so und so los ist mein Hauptprogramm hier in meinen kanal dann halt noch Pokémon dann Pokémon weiß der schwarzen Weiß Teil 2 vielleicht ja mit den zwei ab und zu mal videos meister dann es ist halt wieder kein ding was noch skill will ich eigentlich noch machen denn auch ab und zu yugioh mach ich was noch ja eigentlich das alles ich will als letztes ja ok dann will ich hier mein gott ja ich habe heute letztes Play von ähm warum muss immer der clear der erste sein ich will hp ich habe heute ja ein yugioh yugioh ausgebracht jetzt blöcher was anderes kommt jedoch gerade auf mein ipod komm das ipod ok irgendwie spielt jetzt mal ich will doch keine videos von irgendwelchen unbekannten youtuber und gucken jedes mal um dann ist morrow das kann ich beginnt es schon scheiße also ich beantworte meine frage von ähm place kanal frage ähm wie machst du so gut wie machst du das so gut mit den voll ist kannst du das genau erklären also zockst du oder zockst du andere zockst du oder zocken andere in deinem mini led und wie kriegt du wie kriegst du so richtig viele in paar tagen zockst zockst in deinem mini richtig viele oder wie also wegen mini led und so ich habe ich habe ich habe bis zum bitteren ende also es ist so ähm also ich habe auch stammig ähm ich zockt bei mir ich zockt bei ihm ich gebe ihnen keine sachen also wenn ich bei ihm zocke gibt er mir keine sachen wenn er bei mir zockt gebe ich ihn keine sachen also wir machen schon so ausgleich dass ich bei ihm am tag vielleicht 60 mal zockt und er bei mir 60 mal dann bekommen wir halt müssen wir den anderen halt nix geben weil sonst ja ihr wirst schon was ich meine und so es ist halt so wenn ich bei ihm zocken würde würde er mir halt sachen geben und weil wir gegenseitig zocken immer gleich also sagen wir 60 mal level 5 am tag dann geben wir uns gegenseitig nix dann behalten wir einfach die 60 drohen und so und geben den anderen nix so machen wir das ich und so ein typ und dann gibt es noch ähm so normale stammig habe ich noch den ich 10 äh 20 mal level 15 vollmundkristalle gebe und ähm was noch ähm ja dann wenn wenn du ähm so ein freund ist äh so ein freund online kommt weil bei ihm zock ich und ich bekomme die ganzen sachen bei ihm bei bei also ich zock bei ihm sagen wir mal 100 mal 5 und ich bekomme die ganze vormundkristalle und ähm diamanten die ich da angezogen die da ich gezockt habe ja man muss halt einen guten freund kumpel haben der das macht da kann man echt gut vormundkristalle oder das was ich mache ich doch bei ihm erzeugt bei mir und ist eigentlich das ist eigentlich auch ziemlich gut da kann schon man kann schon so am tag so also weil ich ferien habe kann ich so 500 bis ja 500 vormundkristalle habe ich jetzt am tag gemacht heute habe ich nichts gemacht weil ich heute pause machen will weil es schon anstrengend den ganzen tag fast ähm da zu drücken 5 stunden oder 6 waren das ähm dauert ein bisschen man kann auch nur den eine stunde zwei stunden am tag machen sagen wir mal nur 150 vormundkristalle am tag hat man 10 tagen 1,5 kvormundkristalle verkauft die so kann man auch sein gold halt machen oder oder es gibt so eine andere variante du bist ein stammig von einem anderen also du bist ein stammig von jemandem er geht ja für 20 mal in 15 vormundkristalle aber man kann auch man bekommt auch vormundkristalle oh jetzt habe ich nicht gesucht man kann auch man bekommt auch vormundkristalle wenn man das halt spielt sagen wir mal du hast 25 und du bekommst einmal du hast 21 vormundkristalle bekommen und plus noch seine 10 da hast du 31 da kommst du nicht noch diese corpons die kosten ich hab kommen ich hatte voll viele wie äh letztens beim video was gesehen hat hatte ich 150 stück und jetzt ähm 13 ähm die kannst du circa 1,2 bis 2 kk kosten 100 stück und daraus kannst du so ca. 10 bis 20 kk machen kommt auch von du Glück oder Pech also ich mach meistens immer so 15 kk 16 17 kk ne ich habe nicht mehr gemacht wie ein Diamantenkosten äh verkauf ich auch noch also 20 2 und 20 25 fast 30 kk kann man daraus machen durch diesen 100 Koppons ähm ja also ich wollte mal nur ganz schnell die Frage einfach nur beantworten das ist eigentlich sehr easy also vormundkristalle zu holen weil in zwei Tagen ich könnte auch in einem Tag trotzdem stück holen aber ne äh da musst du schon 12 15 stunden am Tag zocken also in einem Tag aber ja dann hast du so 25 kk ich habe in zwei Tagen 25 kk gemacht also fast also fast 15 kk in einem Tag mhm das das also wie das hat so eine so seine Sachen wo man Gold ok es gibt es echt Leute die wissen echt nicht wie man Gold macht und deshalb ähm verarschen sie Leute und so und so machen sie ihr Gold aber das finde ich echt lächerlich also sogar damals wo ich Lob war habe ich nicht verarscht also ok es kann man nicht verarschen nennen das war vor fünf Jahren habe ich Keller für voll viel für ein Gold verkauft und 1 für 100 K aber das nenne ich einfach Pech wo ist denn der Typ ähm ne wir knacken gegen den ach komm was läufst du weg schau das hasse ich diesen scheiß verdammten Pappmann ok 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 was ist tot ok nein 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 na auch doch das gut hey ok 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 0 ok ich bin ich jetzt hier gell das ist unser lol ok 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 ich hab' mir auch ich hab' mir einen Schaden gebracht aber lieber nicht lieber ja gut gut ok ich bin dabei und so das ist ja auch nee hol' uns lieber dann nicht wir ok am besten wäre wenn er mich geholt hätte also wäre ich besser hm ja wär' echt besser komm 1,1 aber ich glaube der holt jetzt jemanden aber ich mach's besser ach komm ich hab's gewusst dass sie jemanden holt nein nein das hatte jetzt echt keinen Sinn Wasserfeuer wäre gut wo ist denn der Typ komm na schade 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 wir haben verloren ähm ich geh mal raus also wenn jemand mehr Erfahrung hat im Ablauf oder sonstigen sollte man auf denjenigen auch hören stimmt auch um ja ich hab noch 1 2 3 4 5 6 6 davon gestaltet dafür bekomme ich noch zucker 8 9 knapp 10 Kaka noch 50 6 1 zu 50 Kaka ja sogar eine Furtiertkoppel diese Trommel Diamanten für was sie hier sieht's genau diese Scheiße Tante Rüssi wo ich schon 40 mal Fels hatte Schleswig-Holstein ist von Verluste gemacht werden was würde ich jetzt gucken um mhm ja genau Spezialisten ich weiß man ja vorher mal die Applaus wird also billig ist ich will ich nur selbst das 13 das hat sich äh da bekommt er ob es 3 bis 6 zu tun kommen so bis 13 von 4 zu 50 Kaka da ich über 15 Kaka mehr ich könnte mir nicht kaufen aber ich glaube ich war lieber für das wird sind nicht gesagt das 15 und verkauft jetzt mein also mein Ding Plus 9 oder 10 was da ist 9 schon was der billigste Top 90er ist der 50 Kaka dann könnte ich eigentlich jetzt für zu 13 Kaka verkaufen ja kommt dann ich sagte bitte keine Welt mehr zu wählen weil ich habe jetzt kein weil ich weiß Gott wird das 3 bis 14 bis 13 alle Kultus 4 zu holen verkauft jetzt mein Plus 9 weil das wird sind für mich mit welchen sieht eigentlich richtig heiß aus aber kann eigentlich ich um abgüttel weiter mal equipment und ich werde mir die Zauberwaffe jetzt nicht mehr kaufen weil das wird ein bisschen zu lange dauern bis ich das Geld habe ist die Zauberwaffe bestimmt schon längst weg joh um deshalb scheiß ich jetzt drauf und ich hoffe jetzt mal ein Kartenhalter um die Spezialliste in der Kartenhalter und ich bin noch alles m da ist nichts aber aber letztens bei echten Kartenhalter vereinten Fünfter Katerin schaue ich so jeder 90 bis 13 welche Koffe 1,5 Karte habe ich jeder 90 bis 13 in Karte gekauft und dachte mir und was heute ist aber Glückstag hätte ich lieber diesen Tag nur noch etwas abgüttel ich glaube ihr wisst schon alt ist ich setze mal für 14.5 ich hoffe ich habe das die richtige Spendal ja vor allem ein Mann und das besorgt okay so natürlich ist der Punkt am Ende wieder weil ähm ich will lieber als PSA plus 12 haben ähm plus 9 und so gefällt mir jetzt nicht mehr so ganz weil ich warte mal wenn ich gut am Ende passiert dann könnte ich die neuen Flügel dran 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 tun glaube ich ähm ja das war es jetzt auch mit der Folge von ähm Agenda Talent und ja bis zum nächsten Mal